Und dann sprechen wir jetzt hier im zweiten Teil unserer freitaglichen Marktbesprechung über das Thema US-Wahlstatement. Da hatten wir ja letzte Woche vor der Wahlentscheidung mal beide Parteien beleuchtet, Trump sowie auch Biden. Was bedeutet jetzt was? Aktuell zeichnet sich ab, dass das Pendel eher Richtung Biden ausschlägt. Und aus diesem Grund möchte ich heute mal darauf beleuchten, was denn ein Biden bedeutet. Wir machen kurz einen Blick auf die FED und wir analysieren dann unter dieser Maßgabe einfach mal den Dow Jones. So, also weiter machen wir. Weil hier ein zweites Video ist nochmal kurz der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, das hätten wir. Und dann schauen wir mal, was wir hier jetzt auf der Uhr haben. Und zwar, ganz klassisch, Nummer 1, das Thema FED-Statement. Wir hatten gestern die FED sozusagen auf der Uhr. Bedeutet also, wir schauen mal ganz kurz, was die FED gemacht hat. Nummer 2, was bedeutet der Biden-Wahlsieg für die Märkte, für die Entwicklung der US-Wirtschaft. Und wir machen in der Indexanalyse den Blick in den Wunschmarkt rein. Und zwar auf den Dow. Heißt also, FED-Statement. Was hat die FED gestern gemacht? Nicht. Es ist das gekommen, was erwartet wurde. Ich persönlich bin auch nicht davon ausgegangen, dass die FED jetzt schon etwas macht. Warum bin ich davon ausgegangen? Und die FED hat in ihrer letzten Notenbank-Sitzung auch schon anerkennen lassen, dass vor einem festen Ergebnis der US-Wahl nicht wirklich was kommen wird. So, jetzt haben wir die Wahl zwar vorbei, aber wir haben immer noch kein Ergebnis. Und die FED ist hier ganz klar ihrer Linie treu geblieben. Sie hat nichts am Zinssatz gemacht. Sie hat aber etwas ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Und zwar, die FED hat ganz klar zu verstehen gegeben, Guys, wir sind da. Wir haben genug Power, euch zu unterstützen. Wann und wo und wie Hilfe gebraucht wird, werden wir alles Mögliche tun, um zu helfen. Heißt also, es ist genug Schotter da, die Druckpressen laufen. Man muss sich um das Thema Geld keine Sorgen machen. So, das ist das, was der Markt gebraucht hat. Das ist das, was die Märkte beruhigt. Und damit hat sich die FED in Stellung gebracht für die Zeit nach der Wahl. Und wir wissen, da wird einiges kommen. Und das, was hier kommt, werden auf alle Fälle, egal wie die Wahl ausgeht, ja, wir haben ja immer noch kein festes Ergebnis, egal wie die Wahl ausgeht. Wir wissen, dass alle Wirtschaftspakete, die hier vor der Wahl noch auf der Uhr standen, auf Eis gelegt wurden, weil man das erst nach der Wahl auf die Tische legen wollte. Ja, und deswegen wissen wir, es werden definitiv neue Konjunktur- und Stützungspakete bekommen. Das heißt, die Unternehmen werden gestützt, das heißt, die Privathaushalte werden gestützt. Also das Thema Arbeitslosenunterstützung steht auch weiter auf der Uhr. Das ist da und das beruhigt entsprechend, ja, an dieser Stelle. Und das ist halt so ein Punkt, so ein Blick, wo man einfach sagen muss, die FED, die hilft hier. Ja, und die, die, ich weiß immer wieder, ich sehe das jetzt gerade auch hier an dieser Stelle, die, das Thema Schulden machen, das, das kommt natürlich immer wieder auf die Uhr. Man macht Schulden, um die Wirtschaft zu stützen. Und ich, ich weiß nicht, also solange wie ich zurückdenken kann, haben wir die Kritiker auch da, die sich sagen, diese ganzen Schulden, die werden sich irgendwann mal rechnen, ja, klar, irgendwann, natürlich. Aber was ist bisher passiert? Die Stützen der Zentralbanken, die Darlehen oder die Kredite der Staaten haben bisher immer dazu geführt, dass es ein langfristiges Wirtschaftswachstum gab und gibt, ja. Und aus diesem Grund spielt halt auch das Thema Staatsverschuldung im Bereich zum Bruttoinlandsprodukt eine große, große Rolle. Und wir haben das ja beim letzten Mal auch gehabt, wo wir einfach mal geschaut haben, wie viel, äh, sag ich mal, Staatsverschuldung die USA hat gemessen am BIP. Und da, da, da ist, da ist die USA nicht am oberen Ende. Da steht die Schweiz viel, viel weiter oben, ja, ähm, an dieser Stelle. Das heißt, das sind halt Maßnahmen, die funktionieren. Und in diesem Bereich, diejenigen, die sich dafür interessieren, es gibt, ähm, sozusagen die Modern Money Theory. Schaut mal bitte an, was das bedeutet. Und dann werdet ihr sehen, ähm, dass mit genau diesen Dingen, ähm, die ganzen letzten Krisen gut behandelt wurden und gut überstanden wurden. Und natürlich, ähm, das ist nur eine Medikation, ja. Und, ähm, es gibt beim Thema Medikation immer wieder Nebenwirkungen, die am Ende, äh, irgendwann, ähm, ja, negativ so stark sein können, äh, dass der Patient am Ende stirbt, ja. Schaut euch das mal an. Wie viele Herzmittel gibt es? Wie viele Blutmittel gibt es? Das sind alles auch nur Behandlungsmethoden, um sozusagen den Patienten am Leben zu halten, ja. Wenn ich dem dicken Mann oder der dicken Frau neben mir sagen würde, ey, friss nicht so viel, nimm mal ein bisschen ab, dann wirst du nicht so fett sein, dann senkt sich dein Blutdruck von alleine und dein Herz, äh, wird, äh, wird besser sich fühlen und du wirst auch ein bisschen Sport machen, damit das Ganze ein bisschen, äh, unter Power kommt. Dann wird mich derjenige angucken und sagen, wisst, das ist jetzt aber nicht so das, was wir haben wollen. Und wenn wir jetzt das Ganze mal auf den Start machen, ja, dann nimmt der Patient lieber eine Pille für seinen Blutdruck, dass er weiter essen kann, wie er sich wohl fühlt. Das ist alles okay. Das ist alles die Entscheidung des Einzelnen. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, was würde denn passieren, ja. Überlegt euch das mal. Nehmen wir das mal auf Deutschland. Was würde denn passieren, wenn wir hier bei uns in Deutschland jetzt nicht den Start gehabt hätten, der gesagt wird, wir machen Kurzarbeitergeld, wir starten Infrastrukturmaßnahmen, wir machen auf, wir geben sozusagen Geld aus, äh, um unsere Infrastruktur nach vorne zu bringen. Was wäre denn passiert, ja? Ich glaube, da würde jeder ziemlich schnell zu dem Schluss kommen, dass dann in vielen, vielen Fällen sein Job weg wäre, dass wir eine extreme Arbeitslosigkeit hätten. Das muss man sich nämlich im zweiten Gang mal überlegen. Und da nimmt man doch lieber, äh, in Kauf die Nebenwirkungen so einer Medikation, die vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, uns irgendwann mal auf die Füße fallen. Und deswegen ist das Thema Gelddrucken halt weiterhin en vogue. Es funktioniert aktuell. Wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, man wird einen Weg finden, ähm, wie es dann weitergeht. Aber es ist halt momentan einfach ein probanes Mittel. Und das ist halt genau das, was wir entsprechend brauchen. Und deswegen ist die FED an dieser Stelle auch wirklich so wichtig hier in diesem Zusammenhang. Das zum Thema FED, das zum Thema Kapitalmarktspritzen. Wir machen weiter mit dem Thema Biden. Was hat Biden auf der Uhr? Beziehungsweise wir schauen mal vorneweg, ähm, zum Thema, ähm, Wahlen in den USA. Schauen wir zuerst einmal, was bedeutet denn generell jetzt mal ein Regierungswechsel für die Aktienindizes. Da schauen wir einfach mal, ähm, auch so ein bisschen hin in die Historie rein. Das heißt, zum Thema, ähm, Wahl-Siege. Wir hatten es in der Historie gehabt, wenn der S&P in den drei Monaten, S&P 500, in den drei Monaten vor der Wahl gestiegen ist, da war es sehr, sehr häufig so, dass es eine Wiederwahl des aktuellen Präsidenten gab. Ja, was haben wir hier in 2020 in den letzten drei Monaten gehabt? Wir machen mal ganz kurz den Blick auf den S&P 500. In den letzten drei Monaten ist der S&P 500 hier, wir sehen es, er ist gestiegen. Moment, wir machen mal ganz kurz die Monatssicht an hier. Also hier, 1, 2, also wir sind hier 1, 2, 3, wir sind nach oben gestiegen. Oder drei Monate der Wahl, also wir stehen hier sozusagen höher. Aber, also das war mal das eine, in den letzten drei Monaten bis zur Wahl sind wir sozusagen gestiegen. Wir sehen es, schön der Anstieg nach oben. Ja, das ist das eine. Okay, der nächste Punkt, wenn es sechs Monate vor der Wahl in den USA eine Rezession gab, gab es einen neuen Präsidenten. Was haben wir in den USA gehabt? Wir haben, das ist offen belegt, in den USA im Februar 2020 eine beginnende Rezession gehabt. Also wir haben die Rezession und wir haben die gestiegenen Aktienkurse in den letzten drei Monaten, so grob. Also, da haben wir ein gemischtes Bild. Also hier sehen wir sozusagen die Unsicherheit, wo wir auch sehen, für die Aktienmärkte ist beides durchaus weiterhin relevant. So, das ist jetzt der eine Punkt. Deswegen sind das die Fakten, wo wir das Ganze mal mitblicken müssen. Aber, wenn man das Ganze jetzt sich mal ein bisschen weiter anschaut, für uns Trader, auf der Wahl sozusagen, hier an dieser Stelle. Einen Regierungswechsel hat für, sag ich mal, die Börsen mittelfristig keine riesengroßen Auswirkungen gehabt. Also, egal was gekommen ist, ob jetzt die Republikaner an der Macht waren oder die Demokraten, in beiden Fällen ist der Durchschnitt der 4-Jahres-Performance nach der Wahl sozusagen positiv gewesen. 8,6 zu 8,8. Also wir stehen hier mit einer guten Wahrscheinlichkeit in einer Situation, wo die Börsen auch wieder steigen werden. Woran das liegt, ist auch schnell ausgemacht. Die USA ist eine Wirtschaftsnation und die Präsidenten, die in den USA an der Macht gewesen sind, haben die Wirtschaft immer stark im Fokus. Sehr, sehr stark im Fokus auf das Wachstum. Und das macht sich halt entsprechend auch in den Märkten dann bemerkbar. Da rubbelt es zwar, wackelt es mal ein bisschen. Gerade am Anfang kann das ein bisschen holtert die Polter gehen an dieser Stelle. Ja, aber es ist einfach so, dass wir eher die steigenden Kurse sehen, als wir hier deutlich nachhaltig fallende Kurse. Und diese Durchschnittswerte, die wir hier sehen, sind wirklich auch Durchschnittswerte. Ja, es kann sein, dass da mal auch locker zwei Jahre Kurse nach unten drin sind, nur um dann ordentlich so weit nach oben zu performen, dass wir hier in diesem Mittel auch hinkommen. Ja, also das ist einfach nur eine grobe über den Daumenrichtlinie, dass wir das entsprechend einmal sehen. So, jetzt schauen wir uns allerdings das mal nicht von der Seite der Indexentwicklung an, sondern wir schauen einfach mal, was jetzt ein Biden-Wahlsieg entsprechend für die USA bzw. auch die Welt bedeutet. Und zwar hier Nummer eins, das Thema der Wirtschaft. Der Biden ist genauso wie der Trump sehr stark darauf fokussiert, dass es der US-Wirtschaft gut geht. Das heißt, was hier definitiv passieren wird, wir haben das ja auch bei den Wahlkampfauftritten von Biden gesehen, bei American. Das heißt, er möchte sozusagen alles dazu bringen, dass die US-Amerikaner die Inlandsproduktion fördern. Das heißt, dass die Produkte für die USA auch in den USA sozusagen produziert werden. Das hat einen großen Vorteil, weil es bleibt alles in einem Land. Die Produktion bleibt im Land. Das wird von den US-amerikanischen Arbeitskräften sozusagen gebaut, produziert. Es bleibt alles im Land. Das ist ein gutes, gutes Mittel, um die Wirtschaft entsprechend voranzubringen. Und die Amerikaner sollen dann auch die eigenen Produkte kaufen. Das nächste, der zweite Punkt, was hier Biden auf der Uhr hat, ist, und das schließt dann wieder so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt hatte bei dem Thema Öl. Biden, anders als Trump, da unterscheiden sich diese beiden extrem. Biden möchte den Umweltschutz fördern. Er weiß genau, was die USA mit der Umwelt machen. Es heißt, es wird einen Green New Deal geben. Auch das Thema Abkommen, Klimaschutzabkommen verlassen, das Verlassen des Pariser Klimaschutzabkommens. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich die Lesweise richtig verstanden habe, dass, falls Biden die Wahl gewinnt, die USA wahrscheinlich auch relativ schnell wieder diesem Klimaschutzabkommen beitreten. Was Biden auch vorhat, er möchte eine deutliche Verbesserung der Klimabilanz bis 2035 haben und das längerfristige Ziel bis 2050, was er anstrebt, ist, dass die USA bis 2050 klimaneutral sind. Das meint die großen Richtlinien und da wird es bei dem einen oder anderen wahrscheinlich jetzt klingeln. Solche Sachen kennen wir auch bei uns aus Deutschland. Solche Sachen hören wir auch in anderen Ländern. Und das ist das, was immer wieder jetzt da ist. Und wenn die USA diesen Weg gehen, dann hat das massive Auswirkungen auch auf die US-Wirtschaft, weil dann wird es ganz neue Wirtschaftszweige geben und dann wird auch sehr, sehr viel Geld in diese wichtigen Wirtschaftszweige fließen. Und da wird dann Wachstum sozusagen erneut produziert. Der nächste Punkt, den Biden definitiv auf der Uhr hat, ist das Thema Förderung der Infrastruktur. Da steht auf der Uhr Transport, Bildung und die Digitalisierung. Und das ist etwas, das braucht auch die USA. Die muss sich dort fortentwickeln. Und von der Seite her wird dort durch die Förderprogramme ebenfalls wieder im Inland sozusagen gestützt, durch den Staat Nachfrage generiert. Da werden Aufträge verteilt und das stützt sozusagen den Arbeitsmarkt und das stärkt die Mittelschicht. Und das ist etwas, das sehen die Amerikaner auch sehr, sehr gerne. Das heißt, die wissen, dass sie mit einem starken Arbeitsmarkt weiter gut leben können. Das stützt die Binnenwirtschaft, da wird Geld ausgegeben. Also das ist eine sehr, sehr positive Verhaltensweise. Das ist das eine. Also auch den Wählern in den USA ist die Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Das zweite, der zweite Punkt ist das Thema der Corona-Krise. Und da wissen wir ja, dass viele Amerikaner überhaupt nicht davon einverstanden sind, wie Donald Trump mit dieser Corona-Krise umgeht. Weil laut Trump ist diese Krise ja schon eigentlich im April vorbei gewesen. Und es wird auch nur, ja, es wird keine 200.000 Toten geben. Über die Zahlen brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Da sieht Biden das Bild ganz, ganz anders. In dem Thema der Corona-Krise ist Biden sehr, sehr engagiert. Und was er halt auch machen möchte und machen wird, ähnlich wie das Trump auch schon gehabt hat, ist das Thema Sicherung von Arbeitsplätzen und Stützung von Arbeitslosen. Das heißt, Sicherung von Arbeitsplätzen, beispielsweise über das sogenannte Pay Protection oder Payment Protection Programme des Triple Pre. Das ist für die Unternehmen da, dass die sozusagen ihre laufenden Zahlungen decken können. Da werden die sozusagen gestützt. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass es eine zusätzliche Stütze der Arbeitslosen gibt. Die ist im Juli ja ausgelaufen. Und wenn das jetzt auch wieder kommt, dann haben wir wirklich auch relativ gute Chancen, dass sozusagen, selbst wenn wir mal temporär wieder erneut deutlich steigende Arbeitsmarktdaten oder Arbeitslosenzahlen sehen sollten, dass wir dort die Stützen bekommen, also nicht wir, sondern die Arbeitslosen, und dass die dann trotzdem weiter in der Lage sind, sozusagen ihre Ausgaben bezahlen zu können, sodass es dort nicht wieder zu einer Kreditklemme kommt. Also die Liquidität soll dort entsprechend helfen. Das nächste ist, dass dadurch natürlich auch die Inlandsnachfrage gefördert wird und sozusagen in diesen ganzen Effekten die Liquiditätsunterstützung für die Unternehmen da ist. Und das gibt am Ende sozusagen die Sicherheit für das Land und auch die Ruhe, weil man einfach merkt, da ist dann jemand da, der sich auf wissenschaftliche Fakten stützt und nicht sagt, das sind alles nur Fake News und das ist ein China-Virus-Ding, das ist mit Absicht gemacht worden, sondern da gibt es Fakten, man richtet sich nach den Fakten und man wird sozusagen hier auf Sicht fahren und verlässlichere Sachen machen und nicht so wie der Trump hin und her zu springen. Das sind die Dinge, die hier mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Krise doch durchaus einen anderen Weg durch Biden kennzeichnen wird. Und dann haben wir noch zwei weitere Themen. Das erste Thema hier, was die USA noch sehr stark betrifft, ist das Thema der Gesundheit. Da ist es wirklich wichtig, in den USA, das Thema Krankenversicherung ist ganz anders geregelt als hier bei uns in Deutschland. In den USA gibt es sehr, sehr viele Menschen, die keine Krankenversicherung haben, die sich keine Krankenversicherung leisten können. Obama hat mit seinem Obamacare angefangen und wollte sozusagen das Thema der Krankenversorge landesweit sozusagen auch bezahlbar für alle zugänglich machen. Die Trump-Administration hat dort ganz andere Wege oder möchte dort ganz, ganz andere Wege einschlagen. Obamacare sozusagen auch abschaffen. Das ist allerdings eher kontraproduktiv, wird das gesehen, weil das Ganze auch viel zu teuer ist. Hier, wenn wir sozusagen dann den Biden als neuen sozusagen Regierungschef hier im Amt haben, wird es wahrscheinlich soweit sein, das sieht man aus den Wahlprogrammen auch, dass das Thema Obamacare weiterentwickeln wird, hier an dieser Stelle. Und wir, das Thema Ausbau der landesweiten Krankenversicherung vorangetrieben werden oder vorangetrieben wird. Und das ist wiederum der nächste Punkt. Das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Weil, wenn mehr Menschen Zugang zu bezahlbaren Krankenleistungen haben, ja, dann muss man nun mal weiterdenken. Dann wird es mehr Behandlungen geben. Es fließt mehr Geld in diesen Sektor hinein. Und dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen. Die Pharmaindustrie, klar, die sind da, die verdienen aber auch Geld. Da bleibt auch wieder einiges im Land. Also alles in allem kommt hier schon einiges auch zusammen, was dann auch wieder zusätzlich die Wirtschaft stützt und was die US-Amerikaner stützt. Also das sind so ganz viele Zahnräder, die dort ineinander laufen und die wir dort definitiv positiv auf der Uhr auch haben. Und beim Thema US-Gesundheit wird auch ein sehr, sehr starker Fokus darauf gelegt, dass die USA, sagen wir mal, deutlich weniger abhängig vom Ausland ist. Das ist ja auch etwas, das hat man weltweit auch in der Corona-Krise gemerkt. Merken wir Deutschen auch. Wir sind extrem abhängig bei vielen Dingen aus China beispielsweise. Das merkt die USA natürlich auch. Und hier wollen die sozusagen ganz klar auch mehr Unabhängigkeit schaffen. Das heißt hier Aufbau von oder Ausbau von US-Lieferketten im Inland. Und das wirkt sich wiederum auf die Inlandsstärke sozusagen aus. Das zum Thema Gesundheit und hier Thema Außenpolitik. Da steht Biden natürlich auf einer ganz anderen Schiene, als das der Trump gewesen ist. Der Trump ist dort, muss ich sagen, die Sache, wo man sagen muss, okay, der ist da anders. Der sagt halt, ich bin der Chef, ich sage, wo es lang geht und mir wird nicht diskutiert. Das Thema Außenpolitik und Biden, ganz klar, Biden ist definitiv mehr Freund von China als das Trump. Und Biden ist halt auch jemand, der sich sagt, wir arbeiten lieber in einer guten Kooperation. Auch wenn Biden natürlich auch genauso sagt, das, was China in manchen Situationen macht, das ist nicht in Ordnung. Hier andere übervorteilen und, und, und. Das ist ganz klar. Das hat er auch auf der Uhr. Und das ist auch langfristig in einer Beziehung nie gut. Also da wird es auch Änderungen geben. Der Biden ist auch Deutschland sehr, sehr positiv zugeneigt. Aber auch Biden in der Außenpolitik, ganz klar, der sieht, das hat man auch aus seinen Kommentaren schon gehört, auch natürlich Deutschland als wichtigen Handelspartner, mit dem er auch eng zusammenarbeiten möchte. Aber er sagt ja auch ganz klar, hey, ihr Deutschen, ihr gebt zum Beispiel zu wenig für die Verteidigung aus. Also da wird es auch Spannungspunkte geben. Aber da ist der Biden in der, in der, in der, sozusagen in der Außenpolitik zum Thema Außenhandel auch deutlich anders unterwegs als der Trump. Und etwas umgänglicher. Und das ist dann wieder etwas, was positiv wirken kann. Und auch das Thema, sag ich mal, Weltwirtschaftshandel wieder ein bisschen mehr beleben kann. Und dann natürlich das Thema Klimaschutzabkommen. Das hatte ich vorhin gesagt bei dem Thema Außenpolitik. Da ist es hier natürlich so, dass die USA unter Biden natürlich deutlich mehr für den Klimaschutz tun werden, wenn er das so durchbekommt. Und das hat dann natürlich auch entsprechend Auswirkungen. Und wahrscheinlich wird dann auch die USA wieder zum Klimaschutzabkommen mit beitreten. Wir bekommen hier gerade noch die Meldung gebracht, Biden hat keine Mehrheit im Senat. Was kann er durchsetzen? Dieses Spiel Mehrheit im Senat oder nicht im Senat, das gibt es ja in den USA eigentlich immer. Es ist für die USA immer langfristig nicht ganz so günstig gewesen, wenn sozusagen man eine komplette Mehrheit hat in den USA. Da war es immer gut, auch aus, sag ich mal, Sicht von demokratischen Entscheidungen, dass man beide Seiten hat. Und es ist halt so, so ein Präsident, so wie das Trump auch gemacht hat, die können halt auch bestimmte Sachen auch bestimmen, bestimmte Sachen erlassen. Und da ist es natürlich so, dass diese Tür natürlich auch den beiden sozusagen offen steht. Und was er jetzt durchsetzen kann und was er nicht durchsetzen kann, das wird sich zeigen. Das ist das Spiel, was wir hier in den USA ja immer haben. Überall in der Politik hat man sowas, dass man Wünsche hat, dass man Ziele hat, die man durchsetzen will. Man braucht dann aber in der Regel auch den Partner auf der anderen Seite. Und ich sag mal, die tragfähigen Entscheidungen, die wirklich auch sehr, sehr langfristig durchsetzbar sind und sich auch halten werden, das sind dann natürlich die Entscheidungen in den USA, die in einem Zusammenkommen von Demokraten und Republikanern in den USA gemacht worden sind. Andere Dinge, die zum Beispiel durch einen Präsidenten durchgesetzt wurden, per Dekret sozusagen, die sind dann, und da ist ja Biden ein tolles Beispiel dafür, äh, nicht Biden, da ist ja Trump ein tolles Beispiel dafür, das, was per Dekret erlassen worden ist, kann durch den neuen Präsidenten hier mit einem Fingerschnips auch relativ flott wieder weggemacht worden oder werden. Und das haben wir ja beim Trump ja sehr, sehr häufig gesehen. Der setzt sich hin, nimmt ein Blatt Papier, unterschreibt da unten mit seinem Kuli oder mit seinem Füller und zack, ist das weg. Das ist etwas, das ist natürlich ganz klar, ähm, nicht so nachhaltig, wie wenn wirklich beide Seiten hier entsprechend da dran anhalten. Also, das mal so ein kleiner Blick in das Thema, ähm, ja, der US-Wahl, wie es hier weitergehen kann, was möglicherweise auf uns wartet. Und jetzt schauen wir uns das Ganze, ähm, noch einmal sozusagen, ähm, hier an dieser Stelle auf den DAO, ne, den möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz, äh, mit ins Bild nehmen. Dann nehmen wir mal kurz ein sauberes Fenster hier, ein neues Chartfenster für den DAO, ähm, und wir schauen uns mal kurz die Großwetterlage sozusagen im DAO auch an. Ich muss hier nochmal kurz den Handel rausmachen, wir wollen ja hier jetzt nicht traden, sondern uns einfach mal, ähm, die Situation anschauen. Ich gehe mal ganz kurz zunächst erstmal auf den Wochenchart vom DAO und da sehen wir halt, was hier passiert ist im Langfristbereich. Ganz klar, das haben wir mitbekommen, ähm, hier dieser starke, schwere Kurssturz nach unten dieses Jahr. Corona-bedingt hat hier natürlich viel, viel, viele Sachen aus dem Markt rausgenommen. Und danach hat der Aktienmarkt in den USA, auch das ist ja jetzt bekannt, sehr, sehr viel Stärke entsprechend bewiesen. Und was hier passiert ist, ist an dieser Stelle hier, der Markt hat angefangen, im großen Bild wieder schön nach oben zu trenden. Ich ziehe das einfach mal kurz hier rein an dieser Stelle. Also wir sind hier, ähm, weiterhin schön nach oben unterwegs in diesem Sinne, in diesem Bereich. Aber wir sind jetzt hier, das müssen wir halt auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise konstatieren, ähm, in der Analyse mittlerweile. Moment, das ist hier manchmal ein bisschen tricky. So, jetzt haben wir es. Ähm, wieder ein bisschen nach unten unterwegs. Äh, hier, wir sehen es, auf der Wochenbasis haben wir jetzt ganz klar erst einmal hier kurzfristig wieder, ähm, einen gegenläufigen Trend. Moment, also das, was wir hier an dieser Stelle sozusagen sehen, ist auf Wochenbasis, Moment, das muss ich mal ganz kurz klein machen, so ein rein aus technischer Sicht gesehen, ne? Ein Lupfer nach unten. Also technisch hier haben wir jetzt da, da oben das tiefere Zwischenhoch, äh, hier oben, da war das hoch gewesen, da oben dann entsprechend das, äh, Allzeithoch. Da sind wir jetzt erst mal so ein bisschen in Deckung gegangen, ja? Ja, aber man darf den US-Aktienmarkt jetzt nicht abschreiben, nämlich diese Unsicherheit, die wir hier zur Unterseite gesehen haben, die war sehr, sehr viel auch mit den Wahlen bedingt. So, und jetzt sind wir halt hier an einer Stelle, äh, rumgedreht, die schon relativ wichtig ist, wo wir sehen, das ist auch hier hinten dran, ähm, ein Schwunglevel gewesen, wo wir sagen können, das ist jetzt mal ganz klassisch ein sehr, sehr, ähm, gutes Korrekturlevel, was wir hier haben. Und wenn der Markt jetzt hier wieder deutlich nach oben läuft, und wir sehen ja, was hier passiert ist, die Abgaben der letzten Woche aus Angst vor der Wahl sind komplett wieder wettgemacht worden. Also diese Kerze ist komplett wieder aufgekauft worden. Und das ist jetzt die spannende Geschichte, denn wenn wir sehen, dass das nach oben weiterläuft, haben wir ganz klar mal auf der Uhr hier oben diese Levels. Das ist da, das Zwischenhoch oben, um die Marke von knapp 29.000 Punkte, also 28.900, ein paar zerquetschte, das ist das eine. Das nächste hier oben sehen wir die nächste Marke hier bei 29.000, knapp, äh, ein bisschen über 200, die Zähler. Und dann hier drüben das Allzeithoch. Das sind die Marker, die jetzt nach oben hin positiv da liegen. Und wenn wir jetzt hier auf aktueller Sicht uns den Dow Jones mal anschauen wollen, dann sehen wir ganz klar, das Level hier unten um diesen Bereich, um diesen Drehbereich, um die 26.300, 26.400 Punkte, ist ein sehr, sehr wichtiger Supportbereich. Und dieser hat jetzt gehalten, sollte dieser fallen, ja, vielleicht auch im Umgang durch die Wahlen, dann müssen wir natürlich schauen, wo sind denn hier die nächsten Anlaufpunkte an dieser Stelle. Und das ist etwas, der nächste Anlaufpunkt im größeren Bereich, den haben wir erst hier unten in diesem Zwischentief liegen. Und das ist das Level, wo hier auch die große Aufwärtsdynamik, die Initiale nach der Korrektur fortgesetzt worden ist. Und das ist mal ganz klar, hier unten an dieser Stelle, hier das Level, das Drehlevel hier, um die knapp 24.800 bis 24.900 Punkte. Das kommt allerdings erst dann ins Spiel, wenn plötzlich wieder Unsicherheit zurückkommt, wenn das Thema Wahlergebnis sich deutlich weiter entsprechend nach hinten ausweitet. Das muss man dann auf der Uhr haben. Und momentan kauft der Markt hier die positiven Dinge, er preist sozusagen den beiden auch mit ein, auch die Dinge, die der beiden macht. Und was er jetzt auch einpreist, ist die Tatsache, wenn wir hier irgendwann zu einem vernünftigen Ergebnis in der Wahl kommen, ja, also oder zumindest erst mal zu einem Ende der Wahl, dass es dann wieder in Richtung Fett geht, dass es dann wieder in Richtung Konjunkturprogramme geht. Und das wird die Märkte stützen, egal jetzt erst mal, wer Produzent wird, wer Präsident wird oder bleibt, wie auch immer. Das ist dann genau das Thema, was wir da auf dem Kopf haben. Und das ist das, das Level, wo wir jetzt wieder gerade drin stehen hier, der Kampf so ein bisschen um die Marke von 28.500 Punkten. Das hier oben, das sehen wir, das war hier ein wichtiger Drehbereich. Und dieser Drehbereich, der ist jetzt so ein bisschen der markante, das markante Level, was wir hier an dieser Stelle haben. Denn hier im kleinen Bereich, wenn wir es uns mal kurz anschauen wollen, hier hat der Markt angefangen, wirklich nach unten zu drehen und den Schub zu machen. Und deswegen ist das das Drehlevel hier oben. Und wenn wir das rausnehmen, nachhaltig, dann sind wir mal definitiv hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber gegangen. Das ist dann grün, positiv zu sehen. Also wir müssen sozusagen hier über die 28.500 Punkte Marke drüber. Und wenn das mal schaut, dann haben wir kurzfristig hier ein paar Tageshochs liegen und den Schwungbereich oben über der 28.950 Punkte Marke. Und das sind mal die ersten Anlaufpunkte zur Chart-Oberseite. Und das ist das, was wir hier sehen werden. Mal schauen, wie der Markt heute auch auf die Non-Farm-Pay-Rolls reagiert. Ja, und dann wird das Thema Wahl, denke ich mal, sehr, sehr viel mitmachen. Also, das dazu hier fürs Trading. Und wie immer gilt im Trading, die ganzen Nachrichten, die ganzen Fundamentaldaten, die sind relativ egal, wenn der Markt was komplett anderes macht. Aus diesem Punkt sage ich an dieser Stelle immer, bitte einen Plan machen. Am besten zwei Pläne, ja, das machen wir ja hier jeden Morgen auch, gerade für die aktiven Trader. Und dann genau das spielen, was der Markt macht. Denn es ist relativ egal, wenn jetzt sozusagen eine Nachricht kommt, ja, wo wir sagen, okay, das sollte sich eigentlich für steigende Kurse auswirken. Aber der Markt verkauft ab. Dann verkauft er halt ab. Dann müssen wir halt einfach wissen, was wir tun. Und dann ist das der Plan. Und diesen Plan treten wir. Also, macht einen Plan, trade den Plan, dann wird das auch funktionieren, nachhaltig und langfristig. Danke fürs Zuschauen. Allen ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche Montag um 8.30 Uhr in der nächsten Besprechung der Handelsideen. Hier zusammen mit Tickmel. Bis dahin. Tschüss. Musik.